hallo und herzlich willkommen zu einem neuen reparatur experiment von mir und das hier ist so ein blue compass mikrofon arm und es ist es so hier in der mitte ist das gelenk beschädigt das scheint öfter vorzukommen den habe ich mir kaputt gekauft mit dem vorhaben den zu reparieren und da schraube ich erst mal das gelenk auf und damit ihr das besser seht werde ich jetzt mal ranzoomen also hier in der mitte befindet sich das gelenk und das können wir aufschrauben es ist so ihr seht ihr diese das ist eigentlich der feststellschalter den kann man aber drehen und drehen und drehen und zwar der löst sich irgendwann das werde ich jetzt machen und dann kann ich den irgendwann rausziehen das habe ich jede schraube hier seht ihr diese schraube und jetzt drehe ich das ganze mal noch um auf der anderen seite ist hier nämlich so eine plastik deckel da muss ich gerade mal wieder ein werkzeug zur hilfe nehmen den da rauszukriegen ist gerade mal schauen ok nehmen wir lieber doch ein messer das ist dieser deckel will ich jetzt hier raus hebeln ja so das ist die plastik abdeckung auf der anderen seite seht ihr jetzt eben hier eine schraube und dann sehen wir hier noch in dem fall ich weiß nicht ob hier schon jemand versucht hat das zu reparieren wie gesagt hier ist noch so eine so eine unterlegscheibe drin muss ich jetzt aber auch mal noch gerade rausholen und zwar das hier immer ein paar werkzeuge bereit halten sieht aus als hätte ich ja schon mal jemand versucht was zu kleben sieht ein bisschen so aus ja stark ist sicher noch ein bisschen kleber auf jeden fall sieht es mir zuerst mal aus als ob das hier das plastik ausgebrochen ist das heißt ich schaue da gerade mal rein da innerlich da innen sind solche stahlseile befestigt also ich kann das hier nicht auseinander nehmen komplett was ich aber machen könnte ist eigentlich dieses dieses inlay heraus nehmen allerdings scheint mir dass da jemand so schlau war und das fest geklebt hat da muss ich jetzt mal kurz pausieren und mal genau hinschauen so ich habe jetzt mal den unteren teil hier vom gelenk auseinander genommen damit das einmal sehen könnt das ist quasi schraube das sind die zwei deckel das ist ein ring hier für das ende so eine art eine spreng ring ist es nicht und dann sind gibt es hier noch quasi ringe für den bereich wo das ganze geleitet ich werde das gleich ist wieder zusammenbauen nur dass ihr das wisst weil an der stelle wo es kaputt ist wo ich reparieren will da komme ich gleich noch zu da werde ich was anderes machen aber dass ihr mal den mechanismus versteht das ist quasi der bremsmechanismus ich werde es mal folgendes machen hier erst mal die schraube von unten reinstecken der ring kommt natürlich hier zuerst wieder zurück hier drauf der damit ich das ganze wieder richtig rum zusammen baue also der ring kommt quasi hier so rein dann habt ihr hier diesen zylinder mit der mutter der wird quasi hier dann eingeschraubt der ring gleich das kommt gleich noch ich schraube jetzt mal hier kurz ein stück rein dass ihr das sehen können wegen bezüglich dieses spreng rings ist es so leicht reingeschraubt dass man die schraube nicht raus drehen kann dafür gibt es hier eben diesen ich nenne den jetzt einfach mal spreng ring den muss ich gerade mal auch wieder hier rein klemmen wenn man das raus macht dann wird er eben raus gesprengt das habe ich allerdings noch vergessen hier zeige ich es gleich gleich mal so wenn man den hier raus schraubt und dann zieht mit gewalt dann geht eben der ring ab nochmal den ring ab machen ich habe nämlich noch ein teil vergessen wir sollten das natürlich in der richtigen reihenfolge zusammenbauen und zwar fehlt hier noch der äußere ring ich muss gerade mein werkzeug holen also das ganze hier nochmal raus was ich vergessen hatte ist dieser ring hier die einlage die quasi dann hier als plastikring mit bremst so jetzt noch mal von vorne der hier kommt auf jeden fall von der anderen seite die schraube rein einmal hier durch und dann dieser spreng ring wieder drauf der allerdings nicht so viel bringt also mit gewalt kann man es trotzdem raus drehen das habt ihr ja gerade gesehen der ring ist jetzt wieder drauf und das hier ist der aufsatz der muss hier vorsichtig wieder seitlich rein ohne die abzubrechen und dann gibt es natürlich hier noch den deckel dann sieht das ganze wieder schön aus das war jetzt der mechanismus dass ihr das mal versteht also man kann das ja hier bewegen und feststellen fest schrauben allerdings sollte man es nicht zu fest schrauben also der bremsmechanismus funktioniert quasi über dieses über diesen bolzen innen den habt ihr ja gesehen also das bolzen dieser plastikzylinder der wird dann quasi dort festgezogen als eine art bremse und jetzt schauen wir uns mal den bereich an der bei mir kaputt war und was ich dann da so gemacht habe hier ein kurzer einschub denn mein reparatur vorhaben muss jetzt geändert werden wie gesagt der vorbesitzer hat das ganze verklebt ich habe das jetzt versucht mit aceton zu lösen mit so klebstoff löser das geht zwar das problem ist dass der klebstoff quasi in diese rillen bis den zylinder hinab gelaufen ist bis unten rein oder es ist unmöglich das zu lösen das habe ich aufgegeben jetzt muss ich mir also was anderes ausdenken und da werde ich mal versuchen was mit einer schraube zu klemmen und das das kommt jetzt im anschluss ich hatte vorhin ja bereits gezeigt dass hier drin alles abgebrochen ein bisschen verklebt war das heißt jemand hat den bolzen da komplett drin verklebt das heißt ich konnte den jetzt nicht rausholen und auswechseln ich habe versucht das mit aceton zu lösen das geht auch den kleber mit aceton zu lösen aber das problem ist der bolzen ist viel zu tief verklebt und da ist unten noch so quasi ein bereich wo es runter fließt da komme ich einfach mit dem aceton nicht rein das ist halt wieder quasi kaputt das ist kaputt repariert worden sage ich jetzt mal den bolzen können wir hier also nicht so einfach austauschen so jetzt habe ich mal folgendes probiert und habe hier einfach mal gegenschraube genommen so eine mutter hier unterlegscheibe und habe einfach mal versucht hier richtig schön fest anzuziehen damit das bremst was ist dann passiert wenn man hier zu fest dreht das hier ist plastik das hier ist die schraube dann bricht das einfach aus so also das hier auch im eimer was habe ich dann gemacht ich bin hingegangen habe jetzt hier eine gummi unterlegscheibe genommen dann noch eine normale unterlegscheibe und eine mutter und habe auf der anderen seite jetzt einfach hier auch eine unterlegscheibe genommen das seht ihr hier und dann eine ganz normale schraube das heißt die scheiben bremsen jetzt quasi die drücken dagegen das ist quasi jetzt die bremse sage ich mal also ihr seht hier ich kann das ganze jetzt bewegen und kann das jetzt auch fest einstellen aber das muss man jetzt natürlich einmal hier selbst konfigurieren also der mechanismus dass man das einfach locker schrauben kann wieder fest der ist jetzt quasi kaputt aber ich habe jetzt die möglichkeit ich muss halt hier eine retsche jetzt nehmen und hier mit einem schraubenschlüssel gegenheben und dann kann ich das auch justieren und mit den arm eben einstellen das ding ist ich werde den jetzt einfach einmal einstellen und zwar auf mein mikrofon das heißt bis das quasi richtig ausbalanciert ist wie das passt und dann werde ich den arm einfach so lassen also der ist es wieder funktionsfähig wie gesagt ich musste hier improvisieren weil jemand das eben festgeklebt hat eigentlich wollte ich es anders reparieren aber wie gesagt da konnte ich wirklich nichts mehr retten da musste ich mir was anderes überlegen deswegen habe ich jetzt diesen bremsmechanismus hier das funktioniert auch ist ähnlich wie der bremsmechanismus den die da auch haben allerdings habe ich hier viel mehr metall drin der ist auf jeden fall stabiler dieser bremsmechanismus wo ich ein bisschen enttäuscht bin muss ich sagen der arm kostet neu 110 120 euro und diese ganze innere mechanik hier ist aus plastik also da bin ich definitiv enttäuscht da hätte ich mir jetzt gewünscht dass die aus metall ist wenn ich sowas konstruieren würde hätte ich da definitiv metall genommen ja gut heutzutage kunststoff ist leichter gießbar kann man leichter form machen und so weiter aber das ding hier ist auch nicht ultra billig also die teile hier kann man die stellen die chinesen sind da sehr fit die stellen sehr viele sachen schon sehr günstig her und da hätte man die innereien hier wirklich aus metall machen können aber wie gesagt die sind aus plastik dadurch bricht natürlich auch viel leichter etwas ab und das ist hier eben der fall gewesen ich weiß nicht was die leute damit veranstaltet haben wenn ihr das ding neu kauft und normal behandelt dann wird das wahrscheinlich auch normal hand halten aber hier hat wohl einer irgendwie keine ahnung rampage gemacht das ding voll dagegen gedonnert oder irgendwas das auf jeden fall das plastik gebrochen ist auf jeden fall so das ist meine lösung der deckel geht auf der einen seite sogar auch wieder drauf ich drehe das gerade noch mal um den deckel kann ich jetzt hier auch wieder problemlos draufstecken das werde ich jetzt mal kurz machen so der passt hier immer noch drauf mitsamt der mutter und den deckel hier der passt jetzt auch noch ich habe eben diese mutter hier diese schraube die passt gerade so rein könnt ihr noch ein stückchen absägen aber der deckel passt auf jeden fall hier noch rein das seht ihr hier ist das ganze hier wieder zu sieht auf jeden fall dann bisschen besser aus bei der anderen seite hier da ist es natürlich dann so dass dieser deckel hier das schraubrad passt hier natürlich nicht mehr drauf da muss ich mir was überlegen für die verkleidung ich könnte da problemlos auf meinem 3d drucker so etwas ausdrucken was hier rein passt das mache ich eventuell auch noch und dann ist das ding wieder repariert wie gesagt ich habe damit gerechnet bis ich habe mir den gekauft um ihn zu reparieren das heißt ich habe da natürlich mit gerechnet dass ich da was machen muss eigentlich war der plan ein anderer ich wollte eigentlich das teil in meinem 3d drucker nachbauen was da drin abgebrochen war aber in dem fall ist es eben verklebt worden und da ging dann gar nichts mehr ich konnte das mit aceton nicht lösen als nächstes hätte ich es vielleicht raus bohren können und dann das teil noch mal verändern das wäre eine möglichkeit gewesen aber wie gesagt das ist jetzt auch eine möglichkeit die ist mir zusammen mit meinem dad eingefallen der hat mir da ein bisschen geholfen beziehungsweise brainstorming zu zweit geht da immer ein bisschen besser und auf jeden fall ist das ganze wieder repariert ich habe das jetzt gar hier einfach mal dokumentiert dass ihr mal seht wie ich da so vorgehe und wenn was nicht funktioniert wie man möchte dann nicht gleich aufgeben einfach kreativ sein sich einen anderen weg ausdenken es gibt da meistens immer einen weg ich habe das ganze jetzt hier auf jeden fall repariert das ding ist wieder einsatzfähig und landet deswegen nicht im müll so also ich habe noch mal einen einschub gemacht und zwar habe ich mir jetzt doch überlegt das sieht doch ein bisschen blöd aus mit der schraube da kann ich nichts mehr bewegen schrauben also bin ich hingegangen seht ihr hier das habt ihr gerade gesehen ich habe mit epoxidharz jetzt hier einen weiteren gewindestab rein geklebt und zwar den habe ich abgesägt und der ist länger als die originalschraube denn ich habe auf der anderen seite werde ich ein bisschen mehr rein machen und zwar das heißt ich werde eine unterlegscheibe rein machen so ein gummi hier weil die oberfläche unsauber ist wie gesagt hat jemand schon rumgeklebt der gummi gleicht das ein bisschen aus aus dem hält das dann besser und dann hier eine normale mutter das heißt das kommt jetzt hier durch das werde ich gleich machen dann werdet ihr das sehen was auch wichtig ist im inneren dieses gelenks befindet sich ein stahlseil und das stahlseil verläuft momentan hier außen lang das heißt das stahlseil zieht quasi das gelenk nach da das heißt wenn ihr das andersrum rein macht das war hat derjenige das vorher hier darum gemacht hat gemacht dann ist es falsch dann funktioniert der arm nicht dann wird er nach unten gezogen quasi der widerstand das stahlseil zieht also quasi den arm gerade das heißt hier in diese richtung das zieht quasi danach da das heißt wenn ich es hier runter drücken würde hätte ich einen widerstand das so muss das eigentlich sein okay soviel dazu als nächstes werde ich jetzt auf jeden fall hier alles zusammenschrauben das innere sitzt hier schon richtig das heißt einmal kommt hier die schraube von unten durch da muss ich das zusammenhalten hier und als nächstes das gummi zum ausgleich ich überlege gerade wie rum ich werde das egal in dem fall egal wo habe ich die unterlegscheibe da habe ich zwei stück einmal eine größere eine kleinere ich nehme mir besser die hier da ist das loch etwas kleiner und dann schraube ich hier die mutter auf was ich jetzt natürlich hier noch als kleines problem habe ist folgendes also ich kann jetzt mit dem rad hier unten drehen aber dann dreht hier die schraube durch beziehungsweise jetzt dreht sie gerade nicht durch wie ihr sehen könnt es kommt darauf an der nachteil ist der originale funktionsmechanismus funktioniert natürlich so dass diese schraube hier in einem bolzen drin ist also in plastikteil was ich ganz vorhin im video mal gezeigt hatte und fixiert ist und dieser bolzen wird quasi reingezogen dadurch dass der mechanismus hier zerstört worden ist kann ich das nicht mehr machen und die schraube hier fixieren also ich könnte jetzt natürlich hingehen und das hier festkleben aber wenn ich das machen würde dann natürlich die wäre dann an ort und stelle hier festgeklebt dann würde ich nicht mehr dann wäre der zug nicht mehr möglich weil natürlich wäre an ort und stelle ich könnte es nicht mehr bewegen weil ich schraube ja hier und der zug geht nach unten und zieht quasi den gummiring hier samt der scheibe fest und bremst dadurch das ist jetzt mein neuer bremsmechanismus vorher war der bremsmechanismus in dem inneren des zylinders und ja das ist jetzt eben anders funktioniert aber auch ähnliches konzept allerdings kann ich jetzt hier wenn ich jetzt hier zu weit aufschraube also ich kann jetzt leicht drehen ihr seht das dreht halt durch das heißt wenn ich das später mache wenn der arm eingestellt ist kann ich das hier nicht mehr lösen geht noch aber drehen ist irgendwann Ende das heißt wenn ich es fester ziehen möchte dann muss ich unbedingt hier das ganze aufmachen eben einmal zum anpassen und hier mit einem Schraubenschlüssel dagegen halten oder eben drehen je nachdem wie man das machen will und wenn man dann fertig ist dann kann man hier wieder diesen Deckel drauf machen da kommt eben noch dieses Teil hier drauf das war abmontiert so und dann der Deckel drauf dann ist das wieder fertig der Nachteil ist also wie gesagt jetzt bei dieser Reparaturmethode dass das ganze durchdreht wenn man also dauernd auf und zuschrauben will dann hat man ein Problem dann müsste man das aufen lassen dann sieht es wieder schlecht aus und dann muss man außerdem hier dagegen halten aber ich werde das einmal einstellen auf mein Mikrofon und dann plane ich nicht hier am laufenden Band diese Schraubräder zu betätigen ja so sieht es eben aus das ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Reparatur gewesen das funktioniert so der Ursprungsplan war diesen Bolzen nachzudrucken das hat aber leider nicht funktioniert wie gesagt der wurde verklebt und man benötigt einen 3D Drucker was ich jetzt hier gemacht habe dafür benötigt ihr keinen 3D Drucker dafür benötigt ihr einfach Epoxidharz einen Gewinnstab oder eine Schraube die ihr absägen könnt dann eine Schraube Unterlegscheibe und eine Gummiunterlegscheibe das sind so Dinge die kriegt ihr in jedem Baumarkt Obi, Bauhaus und wie die alle heißen da braucht ihr also keinen 3D Drucker ja das ist vielleicht sogar für den ein oder anderen besser diese Methode diese Art das Ganze zu reparieren ihr habt jetzt auf jeden Fall gesehen wie ich das repariert habe das war erfolgreich ich werde jetzt den Arm noch montieren das zeige ich euch dann auch noch und das war jetzt auf jeden Fall der Reparaturvorgang mein Fazit der Blue Compass Mikrofonarm gefällt mir vom Design wirklich gut er lässt sich sehr leicht rotieren und einstellen wenn das mittlere Gelenk noch original wäre dann wäre das auch hier sehr leicht und flexibel möglich durch meine Reparatur muss ich nun eben den Deckel kurz öffnen und die Schraube festhalten wenn ich alles fester stellen möchte das mache ich aber nicht jeden Tag wie gesagt ich habe den einmal eingestellt und seitdem verstelle ich den auch nicht mehr wozu auch den Zug des Stahlseils im Inneren des Arms kann man im Übrigen über eine Schraube unten am Fuß regulieren dann ist das Gegengewicht quasi stärker oder eben schwächer die Tischhalterung wirkt sehr stabil und der Arm kann auch ganz leicht abgenommen werden weil er nur mit einem dicken Metallbolzen aufgesteckt ist was mir auch sehr gut gefällt sind die Kabelschächte direkt im Aluminiumarm außerdem gibt es hier Klemmen die das Kabel an Ort und Stelle halten durch diese Kabelkanäle gibt es eben keinen hässlichen Kabelsalat das Kabel lässt sich sehr gut verlegen wer also viel Wert auf einen sauberen Schreibtisch und eben auf Optik legt der wird dies zu schätzen wissen dieser Mikrofonarm kostet neu etwa 120 Euro das ist zwar nicht gerade günstig gebraucht gibt es den Arm aber dann auch oft für 70 Euro rum habe ich gesehen er sieht auf jeden Fall schicker aus als der Rode PSA1 und vor allem rotiert der Arm auch komplett zentral kostet aber auch gut doppelt so viel wie ein PSA1 das muss fairerweise gesagt werden in dieser Preisklasse also bis 120 Euro ist mir bis jetzt kein anderer Arm bekannt der so gut aussieht flexibel und verstellbar ist und welcher über Kabelkanäle verfügt der Rode PSA1 erfüllt auch seinen Zweck wer aber sehr viel Wert auf Optik legt für den ist der Blue Compass Mikrofonarm auf jeden Fall einen Blick wert Yellowtec wäre natürlich noch mal besser kostet aber auch noch mal das Dreifache ihr wisst jetzt auf jeden Fall über den Arm Bescheid ihr wisst wie man ihn repariert und ich habe so gezeigt was der eben so kann wo ich da die Vorteile sehe und was der so zu bieten hat das war auf jeden Fall ein weiteres Video von mir für euch und ich hoffe es hat dir weitergeholfen die Links zu den verschiedenen Mikrofonarmen sowie zum Artikel findest du unter dem Video in der Videobeschreibung das war's von mir ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video und wir sehen uns im nächsten Video an die